Eine Tomate ist rund. Die Suppe ist salzig. Salzig. Das Mittagessen ist salzig. Ich mag Pilze. Pilze. Das Kind ist eine Tomate. Pilze sind lecker. Sind lecker. Das Mädchen hat ein Hähnchen. Das Rezept ist nicht schlecht. Ihr mögt das Rezept. Ihr mögt. Der Pilz ist klein. Pilz ist klein. Das Mittagessen beginnt. Das Mittagessen. Die Tomate ist für die Suppe. Tomate. Die Tomate ist für die Suppe. Die Seconde sind klein. Dieser Wein ist salzig. Der Völf ist ein merkwürdig. Dieser Wein ist salzig. Dieser Wein ist salzig. Das Mittagessen ist lecker. Du magst Hähnchen. Er sagt Nein. Er sagt Nein. Das ist der Herr aus dem Restaurant. Das ist der der Herr Aus Restaurant Den Menschen geht es gut. Den Menschen Schreibst du dem Großvater? Schreibst du Dem Großvater? Alle sagen Tschüss. Alle sagen Sie sagen Nein. Sie sagen Nein. Sie sagen Nein. Das sagst du. Das sagst du. Sie kocht ein Ei in der Küche. Sie kocht ein Ei in der Küche. Sie kocht ein Ei in der Küche. Ich zeige der Schwester die Jacke. Ich zeige der Schwester die Jacke. Zeige der Schwester die die Jacke Ich zeige die Jacke der Schwester. der Das ist was eine Vielen Dank. Sie sagt nichts. Sagt sie. Nichts. Zwei Personen sind in dem Haus. Zwei Personen in dem Garten sind die Frauen dem Garten. Der Gast spielt in dem Restaurant. Der Gast spielt in den Menschen geht es gut. Ich zeige Der Schwester Die Jacke Hier sind fünf Dollar sind fünf Dollar Er gewinnt. Er gewinnt. Der Apfel kostet drei Dollar. Du überweist das Geld Du überweist das Geld Sie überweist fünf Dollar Sie überweist 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 fünf Dollar Der Schweizer Franken Schweizer Der Mann besitzt ein Pferd besitzt ein Pferd Besitzt du viel Geld besitzt besitzt viel Geld Ich überweise das Ich überweise ich überweise das Geld Hast du neun Dollar? Hast neun Dollar Ich habe fünf Schweizer Franken Ich habe fünf Schweizer Er besitzt ein Schwein Er besitzt ein Schwein Der Junge gewinnt einen Preis Gewinnt einen Preis Das kostet einen Schweizer Franken Das kostet einen Schweizer Sie gewinnt zehn Euro Sie gewinnt zehn Euro Ich habe fünf Schweizer Franken Ich überweise das Geld